Dann sind die auch fertig. Die sind fertig. So. Diese Sachen hier, die können nicht verderben, glaube ich, ne? Müsste ich nochmal ausprobieren. So, wir holen jetzt erstmal alles rüber. Hier kommt die Werkbank hin. Der Schmuzi... Schmuzi-Maker. Hier kommen erstmal so die ganzen Maker hin, würde ich sagen. Oder? Ja. Diesen Mauerknick hätte ich mir auch sparen können, sehe ich gerade, ne? Ich hätte hier einfach gerade durchziehen können. Wie kriege ich denn an Steinen wieder zurück? Zwei. Komplett, oder was? Boah. Ja, ich glaube, ich kriege das komplett wieder. Lass sie nochmal einmal hier vernünftig machen. Puh. Nein. So. Nee. Äh. Fricht das schon? Ich glaube schon. Haben wir noch ein bisschen mehr Ausblick auf den See. Ist doch viel cooler. Und ich habe noch Materials gespart. Dann kann ich da vielleicht nochmal eine Schicht oben drauf machen, hier. Kochen. Die Kochecke. Wo machen wir die hin? Auf die Rückseite. Jo. Hin und her und hin und her. Machen wir so die Trocknungsecke. Das Ding weiß ich gar nicht wohin. Das muss wahrscheinlich nochmal extra Platz bestimmen. Den stelle ich erstmal hier hin. Schmied. In den Kisten würde ich da oben gut Sinn machen, ne. Da kann ich erstmal hier hin in die Mitte. Das ist Stein. So eher hinstellen glaube ich. Jetzt schon wieder die Spinne unterwegs. Puh. wie sie so schnell bin und jetzt hier noch eigentlich zugriff war alles ganz ruhig erst mal hier respawn setzen zelt da würde ich hier hinten erstmal hinstellen hier kommen wahrscheinlich noch mehr kisten stellen wir es hier so hin garten dann haben wir es gleich so vorräte dann hätten wir jetzt alles ich auf jeden fall noch dicht machen doch nicht so und die kiesel nicht verfügbar oder was wieso nicht doch die kiste muss anscheinend viel näher ran so hier ist komplett dicht mit können noch eine leiter hier nach oben irgendwie bauen aber ganz billig eigentlich nur reicheltreppe wenn noch irgendwas billigeres gras treppe hier ist so wenn die noch dran standort versperrt jetzt geht's dann würde ich mir sind die rote ameisen rüstung so wie ich die am anziehen mit mir tragen können auch ich das hier mal eben auseinander ich baue ich gleich noch mal so ein lager haben wir das denn hier so gras treppe sperrt okay das passt schon mal okay das bricht einfach alles auseinander so was hier alles auseinanderschmeißen jetzt hier wieder ordentlich sachen so mal gucken kann ich hier noch was kostet denn hier so ein kleedach wenn ich sowas könnte man hier noch machen so dann hat man hier oben noch mal sowas wie so einen kleinen tower dann würde ich hier und gültige oberfläche das heißt ich müsste mir hier erst so eine plattform machen okay dann würde ich das glaube ich auch machen aber sowas in der richtung was war das klopft hier irgendwie an der tür oder wo ach der rabe ist wieder da grauselige musik ist auch schon wieder am start viele grashalme waren das nicht mehr sieht ja schon ganz gut aus hier mit der wand 21 verfügbar hier passt es ja genau noch mit dem hier so dafür muss ich hier noch mal fahren das wird die frage ob ich hier das fundament kann ich nicht draufsetzen schade mhm nee ok ich hier noch solche dinge hinstellen hab nur kein ton mehr oder was auch hier außer range hier so zum verstecken ich glaube ich eher so hin machen bisschen burg mäßig das ist doch ganz geil so dann gehen wir jetzt nochmal pennen zack ok was heißt das ist dieser laser da aktiv oder was äh essen ich brauch was zu essen 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 das ding müsste ich eigentlich auch nochmal so das ding muss ich eigentlich auch nochmal irgendwo anders hin packen aber es geht glaube ich ja nur an diesen an dem baum ne vielleicht hier ran machen so das nix etwas näher dann hier die home flagge die packe ich dann nämlich oben drauf so ok dann würde ich mal nochmal dass es da groß ist ach die hier immer noch ach ich mir dann mal ein bisschen gras besorgen ich darf ich darf ich darf mal mit oh und ich muss mir was zu essen beraten äh essen ich hab mir vielleicht auch mal was dörren sollen ich frage mich ob das hier drin länger hält schnell einlagern schau wir mal stimmt das ganze klee können wir auch mal mitnehmen können wir da ein schönes kleedach drauf äh kleedach drauf packen so boah kommt der fast genau hin so kann ich nicht vielleicht eine stengelsäule so und dann kann man hier vielleicht so ein geiles kleedach drauf machen so vielleicht ein bisschen variation rein dann hole ich mir mal den ganzen kleedach hier den ganzen saft oh shit jetzt muss ich hier einen neuen saftfänger bauen oder what so ja theoretisch noch einbauen brauche ich nur wieder stengels also wenn man eine gegend mit klee hat dann ist auf jeden fall so easy das alles zu sammeln ist ja alles voll von dem kram so was sagt mein inventar sieht doch gut aus würde ich glaube ich den hier nochmal eben auseinander nehmen ein paar platten mit und stengel brauche ich hier unten keine mehr drin nö dann komm mal mit wir wachsen ja zum glück ein paar na äh noch zwei laden laden wie das aussieht ey das wird auf jeden Fall auch gut saft die stengel kann ich hier schon mal rein machen fehlt es eigentlich nur noch an saftigem saft okay da kann ich noch nichts drauf packen na gut lass mal die stengel mitnehmen hier dann baue ich da noch so ein paar saft dinge wird das jetzt hier unsere kleine saftfarm find nur noch seile die hatte ich doch hier irgendwo soll ich auch machen das ganze baumaterial einfach rein erstmal äh seile keine seile welche herstellen was brauchen die ist ein faser aber hier sind doch noch welche okay ach das ist trocken na gut dann nicht so das habe ich auch sammle ich mal noch ein paar pflanzen ist ja nix so hier ist noch Martinius irgendwas konnte man auch noch mal irgendwo rein machen dass man pflanzenfasern bekommt ne hier irgendwas war das doch guck mal hier ist auch noch saft den habe ich gerade gar nicht mehr das ist das hier Pürier Pürieri das Kleeblatt aus Sprösslingen Seegras Grasplatte kriegen wir ein 5 sogar raus machen wir das mal so hier stellen wir mal auch noch welche von her hier auch nur Ton hier haben wir noch Saft da oben weiß ich auf jeden Fall auch dass wir noch Saft haben hier ist nämlich irgendwo so ein richtiger Brocken voll Saft warte mal da wo ist denn der hin da 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 ist nochmal ein bisschen Läusehonig das hier halt blöd ne wenn die hier vielleicht irgendwie rauf kommen die Pflanze wenn die hier locker hoch rüber laufen da müssen wir nochmal eine Schicht drauf machen demnächst ähm was hab ich denn jetzt Saft hab ich besorgt ok grobes Seil nochmal ein bisschen herstellen dann geben wir schnell schlucken Kling Das war sehr hervorragend jetzt hier noch irgendwas zu essen ist hier noch was drin wird jetzt auch nicht unbedingt mehr ne ja fehlt tatsächlich Ton für jetzt aber immerhin können wir hier ein bisschen was machen so hier können wir uns den Saft ernten so dann fehlt hier nur noch Saft dann haben wir hier da oben ein wunderschönes Dach drauf ich meine ich könnte ja hier nochmal ein bisschen ernten das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier fällt mir so hier ist jetzt Pflanzenfaser draus geworden hier war ich Ton genau hier von unserer Station aus so ein Weg hier rüber wäre auch nicht schlecht so hier haben wir jetzt noch hier auch alles voller Pflanzenfasern hier ist noch Ton und Säft dann nehmen wir das doch erstmal alles mit bräuchte auch hier oben nicht beziehungsweise einen Weg müssen wir nicht unbedingt haben einfach nur ein eine Seilbahn nach oben das würde schon reichen guck mal es sieht ja gar nicht so schlecht aus da mit dem Klee Dach im richtigen Schwung geht das wohl ne so jetzt haben wir hierfür das Ton zumindest schon mal jetzt fehlen uns die Seile Seilproduktion läuft naja und irgendwo habe ich ja auch meinen Bogen wieder reingeschmissen hier aus versehen müsste eigentlich mal hier noch so ne Kiste machen Saft habe ich das jetzt wieder verbraucht ach durch die Seildinger ne kre kre viermal Saft das kriegen wir wohl hier irgendwie noch gesammelt zu drei vier vier nice hm hier jetzt nehmen wir mal alles an Waffen vielleicht auch an Rüstung dann packen wir das hier rein äh Waffen wobei man diese alten Steinwaffen wahrscheinlich eher verschrotten kann die braucht man ja nicht mehr kann man das irgendwie Kieselsteinaxt Rezepte so ne kann man nur Müll okay hier bauen Seile haben wir so vielleicht kriegen wir das ja jetzt hier noch irgendwie sortiert mit Pflanzen Pflanzen Sachen Hefersachen das wär doch was hier kommen Baumaterialien rein das wär ja dann sowas wie die Seile auch eigentlich Seile solche Sachen Stachelhalm kann man halt Diestelstachel führen aber angeblich hier irgendwo und Saft für alles brauchen wir Saft auf einmal sowas hier überall noch vorne dran hier kommen Leder und so und sowas alles rein trockenes Gras Eichelbrocken sind auch Snacks kann man auch nicht irgendwie noch was mit Craften oder Grassschutz hier diese sind gut für Eichelbrocken benügsam Kamel und heilt ist halt auch geil ne eine Smoothie Küche die würde ich glaube ich dann gerne mit hier nach hinten Kochstation stellen so und hier kann man dann jetzt auswählen Klebrig Effekte halten länger Muskelspross hmm verstehe Angriff Tauchen Hausdauer Gasschutz hier kann ich noch mehr tragen ich glaube ich so mal ein herstellen von Klebriger Heckenmeister so ansonsten hier die Pflanzen rein Pflanzen und Sekrete würde ich sagen Pelz Madenhaut hier kommt das ganze Käferige rein Pelz so Käfer das muss hier noch raus das kann ich hier mit rein machen meinwegen kann das hier schon fast eine ganz neue Kiste werden hier mit so besseren Materialien Distelstacheln die könnten wir eigentlich da auch rausnehmen nicht zu den Waffen sondern packen wir mal auch hier zu um ähm das ist ja um Pfeile zu craften das ist um Rüstung zu verbessern ja das kann man so lassen jo dann haben wir das jetzt erstmal sortiert kann ich jetzt eigentlich sagen Essen Nahrung Nahrung jo so hier machen wir dann guck mal hier ist noch sowas hier machen wir Natur genau wie hier auch hier machen wir Käfer hier kommen auch Käfer rein Rüstung Rüstungs Rüstungs wie geht das so hier äh fertig vielleicht und Waffen Slash Rüstung Geil hier und hier Bau Arterial geil gefällt mir hier machen wir jetzt mal ordentlich Seile zack Probeseil eingelagert ein Kater schreibt mich einfach an so Natur da kann das rein easy so dann gehen wir mal pennen kleine kleine Verwaltungsfolge hier kling kling jetzt hier alles fertig geil können wir eigentlich direkt wieder nachproduzieren da kannst du nie genug von haben zack zack und Natur dann würde ich gerne den hier noch hier oben einräumen ups so habe ich denn jetzt noch Saft habe ich nicht hat denn sich hier irgendwas getan ist hier was gespawnt was ist das Läuse oh so hier ist auch nicht was drin äh Milben Dings Wasser Fliegender Fleisch Pilze brauche ich mal ein paar Pilze ich sehe hier vielleicht auch mal welche anpflanzen hm Pilze haben wir hier vielleicht macht man sich hier noch irgendwie so eine Pilzfarm weil hier lagert man einen rein und dann können da theoretisch ja vier Stück raus kommen so dann dann habe ich dann jetzt hier noch Saft für den Abschluss hier oben Tatsache geil das Klee Dach ist fertig sehr sehr cool ja 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 ich wahrscheinlich hier hinten hier so nochmal so ein Seilrutschending drauf bauen ist wahrscheinlich ok mal versetzt sich hier diesen Stapel was soll das so 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 habe ich jetzt hier noch irgendwas zu futtern in meinem Inventar sieht nicht so aus aber hier ist gleich was fertig Saft zählt das hier zu Nahrung ne ne das hatte ich glaube ich hier mit drin Natur Pilz zählt eher zu Nahrung jo Pilz hier sind auch Pilze glaube ich drin ne Fliegenpilzbrocken das ist eher Nahrung glaube ich Pollen noch irgendwas drin was ich essen kann Badenschleim halt eigentlich auch für Smoothies benutzt ne ist auch eher Nahrung machen wir mal hier rein so jo dann guck ich mal was haben wir hier na die haben aber auch ein Ablauf Datum krass ja das hat es auch nicht das hat es auch nicht mehr geschafft na gut guck mal ob ich das wenigstens als Dünger hier reinpacken kann noch national Dünger zerstören so das kann ich jetzt nicht mehr da rein machen gut dann lagern wir das hier erstmal ein dann esse ich mal hier so ein Ding jam 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 hab ich jetzt das hier eingelagert eins ja ja okay hier liegen noch ein paar Düngers rum ähm was braucht denn das Ding hier eigentlich dass wir uns hier irgendwo noch so eine kleine Pilzfarm bauen Unkrautstängel verdorbenes Fleisch das geht ja eigentlich haben wir nur wieder ein paar Stängels ja die können ja dann erstmal in Ruhe weiter wachsen okay dann liebe Freunde vielen Dank fürs Zuschauen wir werden dann an dieser Stelle erstmal für diese Session durch ähm ja wenn es euch gefallen hat lasst wie immer gerne ein Like da oder irgendwas macht einfach mal irgendwas das motiviert mich weiter zu machen und jo hab noch große Pläne auf jeden Fall ja mehr fällt mir auch nicht ein dann der Rüssel geht frei dann äh bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal